Qualitätsschießfach, das nehmen wir noch mal mit. Gehen wir mal zu der Gruppe, so danach müssen wir nur noch escapen und dann ist es wie Escape von Tarkov, also es ist mal ein cooles Spiel für zwischendurch, definitiv, gerade dass es ein Low-Budget-Game ist. Mal gucken, was aus dem Game noch so wird. Was zur Hölle willst du? Ach ne, schon wieder eher, alter. Ah, hab ihn. Run, 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 escape, run, 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 run. Ich hab Sprintrinne. Run. Oh nein! Ab ihn! Johnny, wir müssen nur, wir müssen auffassen. Oh, nur wir, wir sind wichtig, denk dran. Ah, andere sind nicht wichtig. Ja, Azubi ist auch wichtig, er ist auch schon da. Weg, also, als erster rausgehen, das kann ich. Da bin ich gut drin. So, das war das Game The Red Soul Stice 2 Survivors. Ähm, ich hoffe es hat euch gefallen. Und, ähm, ja, ich würde sagen, wir sehen uns die Tage wieder. Morgen ist, äh, streamfrei und auch, äh, videofrei, wie auch immer man das nennen mag. Und, ja, bis dahin ist auch der Bart wieder ein bisschen gepflegt. Ja, endlich ist er gewachsen wieder, nachdem ich mich wegen der Streamwette, äh, rasieren musste. Ähm, ja, ich würde sagen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, wir sehen uns Sonntag. Und Cineuser und Johnny für das Wochenende und der Rest natürlich auch.